Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Sie haben die meisten auf dem Podium heute schon kennengelernt. Ich begrüße nochmal ganz herzlich Frau Professorin Silvia Heuchemass, Svenja Schulze, Herrn Prenzel, Frau Reinmann und zu uns stößt noch Frau Professorin Marianne Merkt. Ich habe sie im Vorgespräch gefragt, wie darf ich sie denn vorstellen? Hat sie zu mir gesagt, ich bin ein bunter Hund. Aktuell sind, glaube ich, wichtig für die Diskussion, dass sie zwei Hüte aufhat. Nämlich zum einen hat sie eine befristete Professur für Hochschuldidaktik und angewandte Hochschulforschung an der Hochschule Magdeburg-Stendal inne und sie ist auch die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Schön, dass Sie heute auch bei uns sind und uns bei der Diskussion begleiten. Danke. Ja, wir wollen jetzt nochmal vertieft darauf eingehen, welche Rahmenbedingungen braucht es denn in der Hochschullandschaft, dass die Lehre so gut und auch so wichtig wird, dass Studierende die Bildungs- und Lebenschancen bekommen, die sie durch das Studium erreichen sollen, dass sie erfolgreich studieren können. Und ich möchte jetzt ganz gerne Herrn Prenzel fragen, Sie haben eben eingangs zu Ihrem Vortrag gesagt, was gute Lehre ist, das kann man nicht so einfach beantworten, aber ich glaube, als Basis für unsere Diskussion ist es doch ganz wichtig und würde Sie darum bitten, doch eine kleine Definition für uns nochmal zu versuchen. Was ist gute Lehre aus Ihrer Sicht? Also nach dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, müsste ich sagen, dass gute Lehre diejenige ist, die die Ziele erreicht, die sie verfolgt. Und wenn die Ziele, das ist nicht ganz trivial, wir sprechen ja nicht von eindimensionalen Zielen, sondern von mehrdimensionalen Zielen. Deswegen zum Beispiel der Punkt, was sind Effekte auch für die Personentwicklung auf bestimmte Dinge, die auch im Persönlichkeitsbereich eine Rolle spielen. Da geht es jetzt auch nicht ums Erziehen von Menschen, aber es geht darum, dass man bestimmte, ich habe das Berufsethos angesprochen, bestimmte Merkmale entwickelt und wir müssen eben gucken, dass wir beim Erreichen der Ziele nicht alleine das Wissen in den Vordergrund stellen, sondern eben auch der Frage nachgehen, welche Nebenwirkungen haben wir denn möglicherweise durch, bleiben wir beim Beispiel Prüfungsformen, dass wir manche Leute hinausprüfen, die andere Merkmale bringen oder mitbrechen, die eigentlich sehr wichtig sind. Und wie balancieren wir das aus, aber vom Anspruch her lässt sich aus meiner Sicht relativ leicht definieren, den Punkt, was Qualität der Lehre ist. Wir müssen aber bei solchen Sachen noch ein bisschen berücksichtigen, dass diese Frage des Erreichens von Zielen auch abhängt von der Frage, was sind die Ausgangsvoraussetzungen, die die Studierenden mitbringen. Also da haben wir so einen anderen, so einen Kontrollfaktor, den man noch mitrechnen muss. Ich gebe die Frage auch mal weiter an Frau Merkt. Was ist aus Ihrer Sicht gute Lehre? Wie würden Sie da eine Definition versuchen? Sie haben gerade von den Zielen gesprochen und die Hochschuldidaktik wird immer damit konfrontiert, wenn wir in hochschuldidaktischen Arbeitsstellen und Zentren arbeiten, dann begegnen uns ganz unterschiedliche Ziele und werden auch an uns herangetragen. Das heißt, in der Hochschuldidaktik müssen wir uns eben überlegen, erst mal, was sind denn unsere eigenen Ziele eigentlich, welche verfolgen wir da? Und das ist gar nicht so einfach, denn die Hochschuldidaktik, wie gesagt, ist als Disziplingebiet im Entstehen und ist in diesem Selbstverständigungsprozess. Letztendlich kommen wir auch immer in den Diskussionen dahin, dass wir sagen, es sind einfach bildungstheoretisch begründete Ziele, andere können wir nicht haben und dann kommen wir natürlich auch zum Teil in Interessenkonflikte, dass Lehrende zum Beispiel ganz andere Ziele haben, dass Studiengangsleitungen andere Ziele haben, dass Hochschulleitungen andere Ziele haben und auch die Landes- und die Bundespolitik wieder eigene Ziele haben, die sozusagen zum Teil damit verbunden sind, zum Teil dem aber auch entgegenstehen. Und insofern würde ich sagen, diese bildungstheoretische Grundlage, das ist, glaube ich, das, die wir immer wieder diskutieren müssen und wo wir als, sagen wir mal, in der Professionalisierungsdiskussion auch sagen, wir übernehmen eine professionelle Verantwortung dafür, dass Studierende fachwissenschaftlich und aber auch akademisch so aus den Studiengängen rausgehen, dass sie einen fachwissenschaftlichen und akademischen Habitus mitnehmen. Das heißt, die Diskussion um die Ziele ist auch eine wichtige, höre ich da. Genau, ja. In Ihren Bereichen ist gute Lehre auf jeden Fall, wird immer wieder diskutiert. Ich würde gerne Sie fragen, jetzt Frau Schulze, welchen Stellenwert hat denn gute Lehre für Sie als Landespolitikerin? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und welchen Stellenwert sollte sie vielleicht noch bekommen für die Zukunft, die gute Lehre? Also ich habe den Eindruck, dass das Thema Lehre insgesamt an den Hochschulen heute eine viel größere Rolle spielt als noch vor sechs oder sieben Jahren, dass sich das enorm verändert hat und dass es inzwischen auch an den Hochschulen sehr, sehr gute Beispiele gibt. Ich habe bei meinen Bereisungen der paar Hochschulen, die wir haben, es sind 70, wirklich fantastische Beispiele erlebt, also TH Köln hier, Flip Classroom ist schon lange her, ich weiß, aber er hat mich damals beeindruckt und es gibt auch andere fantastische Beispiele, RWTH Aachen, die zusammen mit der Fachhochschule so eine Art nulltes Semester anbieten, damit man sich erstmal orientieren kann. Wir haben das versucht über Landespolitik auch mit anzuregen und wirklich Mittel zu geben, damit man solche Experimente auch mal machen kann und damit man sehen kann, was ist was, was wirklich Erfolg hat und was wir generell nutzen sollen. Ich finde auch, dass die Digitalisierung und die Debatte, die wir darüber haben, wir haben in Nordrhein-Westfalen, Digitale Hochschule NRW, einen gemeinsamen Zusammenschluss aller Hochschulen, aller staatlichen Hochschulen, um darüber zu reden, was sind da die Bedingungen, was kann das mit Lehre auch noch nach vorne bringen. Was mir noch fehlt, das sind solche Art Leitlinien und eine stärkere Diskussion um Profil- und Lehrkonzepte, weil ich glaube, dass uns das aus dieser Bredouille rausbringen würde, wenn ich jetzt irgendwo bin, sagen immer alle, naja, Qualität der Lehre kann man ja nicht messen. Wir sind sofort wie in der Forschung dabei, gibt es irgendeinen Index, können wir im Hirschindex nachsehen, wer hat die beste Lehre, nein. Also diese Form der Messbarkeit ist nicht da. Ich finde aber, aus der Debatte müssen wir raus, wir müssen stärker dahin zu sagen, okay, wir reden über Lehrkonzepte, man muss sich Ziele geben und dann gucken wir, ob man die erreicht hat und bevor wir das nicht haben, fangen wir auch nicht an, irgendwelche Kriterien zu entwickeln. Und diese Diskussion, die würde ich mir noch stärker wünschen und die kommt jetzt, glaube ich, über den Wissenschaftsrat, hoffe ich jedenfalls mit aller Wucht. Herr Prinzel, das gebe ich nochmal gerne an Sie weiter, nochmal dieses Profil-Schärfungsthema aufzunehmen. Was kann gute Lehre dazu beitragen, das Profil einer Hochschule zu schärfen? Also ich habe ja vorhin ein Beispiel angesprochen, Maastricht wäre ein Beispiel, man sagt, wir sind eine junge Universität und wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise finden und wodurch können wir uns auszeichnen bei einem bestimmten Fachprofil und dann macht man möglicherweise Case-Based, problemorientierte Studiengänge zum Konzept. Dafür gibt es gute Gründe, dafür gibt es auch hochschuldidaktische Forschung, die eine Reihe von Gründen liefert, dass es ein aussichtsreicher Weg sein kann. Da kann man auch jetzt nicht normativ vorschreiben, ihr sollt das und das machen. Eine Hochschule muss sich finden und Sie müssen sich darauf verständigen, auch mit einer gemeinsamen Idee zu sagen, das ist unser Anspruch. Und damit hat man, glaube ich, schon eine Chance, sich einmal nicht nur ein wenig abzugrenzen von anderen, sondern eben auch diese Identifikation mit der Hochschule zu stärken. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch für die Lehre wichtig ist, ähnlich wie in der Forschung, so etwas wie professionelle Lehrgemeinschaften haben. Wir sind auch im Lehren eigentlich darauf angewiesen, professionell zu werden. Das heißt, bestimmte gemeinsame Standards in der Art, wie wir lehren, wie wir Curricula entwickeln, wie wir prüfen, das ist das, was wir entwickeln müssen. Das haben wir in der Forschung sehr gut entwickelt, in der Lehre noch nicht richtig. Und da müssen wir darauf hinarbeiten und deswegen muss man, glaube ich, die Leute mitnehmen in diesen Findungsprozessen und das diskutieren, auch wenn es ein bisschen aufwendig ist. In der Forschung diskutieren wir irrsinnig viel, in der Lehre können wir auch einiges diskutieren. Warum ist das denn so wichtig? Warum ist das wichtig? Weil das eine der Hauptaufgaben der Universität oder der Hochschulen ist, dass Sie lehren. Nein, Professionalität ist deshalb wichtig, weil Sie sonst irrsinnige Verluste haben der Kapazitäten, die Sie reinstecken. Wir haben ja häufig die Diskussion, auch da kann ich den Wissenschaftsrat immer zitieren, wir brauchen eine bessere Grundfinanzierung für die Lehre. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass die Finanzen, die wir in die Lehre, die Ressourcen, die wir reinstecken, wirken und dazu beitragen, dass die Qualität sich verbessert. Und mit Geld alleine verbessert man nicht Lehre, sondern wir brauchen Konzepte und Geld. Aber zuerst brauche ich ein Konzept und dann kann man, glaube ich, auch glaubhafter dem Punkt nachgehen, wofür brauchen wir noch andere Ressourcen. Aber wie gesagt, wir verlieren möglicherweise sehr viel Energie. Wir stecken Zeit rein und nehmen Sie Beispiele, das klang ja auch vorhin auch mit dem Bulimielernen an, Studierende lernen, lernen, lernen und wenn wir hinterher der Frage nachgehen, was könnt ihr denn wirklich, deswegen Kompetenzorientierung, sind wir ernüchtert, weil sie nur einen kleinen Teil von dem, was wir mit viel Mühe versucht haben aufzubauen, im Ende angekommen ist. Frau Professorin Heuchemann, ich würde Sie gerne mal fragen, Sie sind ja Vizepräsidentin für Lehre und Studium hier an der TH Köln. Welche Instrumente waren für Sie hilfreich, um das Thema an der Hochschule noch weiter nach vorne zu bringen? Also wir haben 2009 einen hochschulweiten Leitbildprozess initiiert. Ich glaube, und mit hochschulweit meine ich wirklich, also sowohl in der Verwaltung als auch unter Einbindung Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern, also allen auch Studierenden, wofür steht die damals noch Fachhochschule Köln in den verschiedenen Bereichen und auch im Bereich Lehre und das Leitbild, was wir damals formuliert haben, ist, ich will sagen, nicht so besonders, als dass es nicht auch in anderen Hochschulen so oder ähnlich formuliert worden ist, aber es war ein hochschulweites Commitment und jetzt gerade im Bereich Lehre haben wir immer wieder Bezug auf unser Leitbild genommen. Also die TH Köln steht seit 2009 dafür, dass sie die Vielfalt der Studierenden positiv sieht, wertschätzt und sogar für die Kompetenzentwicklung nutzt und davon überzeugt ist, gerade durch die Nutzung der Vielfalt der Studierenden eigentlich die Absolventinnen und Absolventen mit dem Profil ausstatten zu können, was sie in einer zunehmend internationalen, dynamischen Arbeits- oder Wissenschaftswelt brauchen. Viele sagen, Vielfalt ist ein hohes Gut, aber ob und inwieweit man sie tatsächlich in der Lehre nutzt, dass man sie nicht als Bedrohung des akademischen Niveaus ansieht, nicht darüber stöhnt, was Studierende nicht können, sondern den Blick genau darauf richtet, was können sie eigentlich, wenn sie bei uns ankommen. Ich glaube, das zeichnet unsere Hochschule aus und dass wir vor diesem Hintergrund aber auch gesagt haben, wir müssen unsere Lehrenden darauf vorbereiten, mit dieser Vielfalt auch umzugehen, das hat keiner von uns je gelernt und eben schon seit 2010 jetzt ein sehr großes Professionalisierungsangebot fahren, was auch dann gleichzeitig zu einem gemeinsamen Verständnis fast schon im Sinne einer Lehrverfassung beiträgt und somit natürlich auch zu einem hochschulweiten Lehrprofil. Also das wage ich schon so zu behaupten. Welche Rolle hat denn die Hochschuldidaktik für Sie dabei gespielt, das zu begleiten? Ja, also wir waren ja 2009 im Wettbewerb Exzellente Lehre erfolgreich und das hat uns zum ersten Mal als Fachhochschule die Möglichkeit gegeben, auch hochschuldidaktische Kompetenz bei uns auch vor Ort aufzubauen. Es gibt viele Angebote wie das HDW NRW, aber man braucht auch Angebote direkt am Ort, um die Lehrenden auch direkt begleiten zu können. Und mit dieser diversitätssensiblen Lehre haben wir natürlich diesen berühmten Shift von Teaching to Learning vollzogen und damit verändert sich eben auch ein Selbstverständnis bei den Lehrenden, damit verändert sich der Blick auf Lehre, damit verändert sich auch zwangsläufig das Selbstverständnis der Hochschule insgesamt. Und somit würde ich heute schon wagen zu behaupten, dass die Hochschuldidaktik für uns schon zu einem Motor der Hochschulentwicklung geworden ist. Und es uns damit eben auch gelungen ist, Lehre mehr in den Fokus zu rücken. Auch an Fachhochschulen ist oft die Währung, mit der bezahlt wird in Anführungsstrichen die Forschung, die Forschungsleistung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie haben Sie das denn institutionell verankert bei Ihnen an der Hochschule? Die Hochschuldidaktik meinst du? Wir hatten Sie seit 2009 eigentlich immer, das was Herr Prenzel angesprochen hat, in einem Projektstatus. Wir haben aber an allen Projekten, an denen wir uns beteiligt haben, unter wettbewerblichen Verfahren schon einen gewissen Aufbau gesehen immer stärker in den Kernprozess Lehre reinzugehen. Und wie ja allgemein bekannt ist, werden wir im Qualitätsprakt Lehre nicht weiter gefördert. Aber unsere Hochschule hält Lehre für so wichtig und ist so zusammengerückt, dass die Fakultäten gesagt haben, wir werden das aus eigenen Mitteln stemmen. Und wir haben jetzt ein Zentrum für Lehrentwicklung geschaffen, in dem die Hochschul- und Mediendiktik verortet ist, der Support auch, in dem auch Hochschulforschung oder Scholarship of Teaching and Learning begleitet wird und in dem eben auch alle Lehrenden oder alle Angehörigen der Hochschule mitwirken können. Und damit glauben wir, haben wir einen ersten Schritt geschaffen für die Institutionalisierung. Frau Reinmann, das würde ich gerne nochmal mit Ihnen auch weiter ausdiskutieren. Also diese Verankerung von Hochschuldidaktik an den Hochschulen. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht am erfolgreichsten dar? Oder was gibt es da für Modelle? Also es gibt übrigens richtige Forschung jetzt dazu. Es gibt ein Begleitforschungsprojekt, ein Programm zum Qualitätspakt Lehre und ein Cluster, dieser Forschungsprojekte beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie wird Hochschuldidaktik institutionalisiert? Da gibt es noch keine Abschlussberichte, aber da gab es jetzt Montag, Dienstag in Berlin so Einblicke in die Forschung und die zeigt, dass tatsächlich das sehr divers ist von eher so eine Idee, man denkt es vernetzt, es gibt gar keinen faktischen Ort, sondern eher so einen virtuellen Teilen quasi, sondern man versucht an möglichst vielen Stellen die Fakultäten mitzunehmen und das mit Stabstellen und anderen schon bestehenden Strukturen zu verbinden. Das ist auch teilweise erfolgreich, hat aber eben auch Nachteile und es gibt ganz offensichtlich aber eben auch die Strategie eigene Stellen zu schaffen. In den wenigsten Fällen ist es aber verbunden mit Forschung. Das wurde auch kritisch diskutiert, also nicht nur meine persönliche Meinung, sondern tatsächlich auch schon ein bisschen systematischer untersucht. Und die meisten Qualitätspakt Lehre-Projekte haben aber das Problem noch nicht gelöst und stehen vor der Frage, was tun wir eigentlich, wenn die Gelder weg sind. Und das finde ich ist ein Symptom. Man greift die Gelder halt ab und schafft Dinge und sagt sicherlich, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, aber nachher, wie Sie das gesagt haben, das finde ich echt ein super Erfolg, wenn die Fakultäten so überzeugt sind, dass sie sagen, ja klar, wir geben jetzt Geld ab, weil wir haben einen Mehrwert erlebt und wir sehen da Synergien und das ist gut aufgehoben, das Geld, das ist absolut nicht selbstverständlich, sondern ebenfalls wieder die Rückmeldung von diesem Forscherteam, hier gibt es große Vorbehalte. Weil man eben auch noch nicht genau weiß, was das wirklich bringt und an Universitäten, vor allem großen Universitäten ist der Fall natürlich nochmal ganz anders. Also man kann jetzt da empirisch darauf antworten, wie wird das gelöst? Das wäre mal so ein Einblick, das wird sehr interessant, wenn die Ergebnisse in zwei Jahren so vollständiger sind, finde ich eine übrigens sehr wichtige Forschung. Aber man kann es natürlich jetzt auch normativ sehen, wie hätten es wir denn gerne, aber da müssen wir natürlich Vermutungen anstellen. Vielleicht kann man ein bisschen in die Geschichte auch gucken. Es hat ja schon mal einen großen Hype, der hat man damals jetzt nicht gesagt, aber es hat eine große Welle gegeben, auch übrigens gekoppelt an Hochschulexpansion, mehr Studierende, man hat hochschuldidaktische Zentren geschaffen. Es gibt ein paar sehr gute Überblicksartikel, die die Geschichte nachgezeichnet haben und Matt gesehen hat, das hat nicht die Erwartungen erfüllt, vor allem nicht der Politik, dass man sozusagen die Probleme, die die Hochschulexpansion geschaffen hat, hat man durch Didaktiker nicht lösen können. Und das werden wir auch künftig nicht. Deswegen warne ich auch davor, dass wir das meintlich nicht überfrachten, sondern eben auch, wie Herr Prenzel sagte, da braucht man mehrere Strategien gleichzeitig. Und ob man die jetzt alle unter dem Blickwinkel der Didaktik subsummiert, sei dahingestellt, ob das sinnvoll ist. Also man kann auch aus der Geschichte lernen und dann gucken, was wollen wir vielleicht, da braucht man eine Diskussion darüber, was vielleicht auch normativ angemessen wäre, mit Blick zurück, was schon nicht funktioniert hat, früher nicht und eben Blick auch auf empirische Befunde, wie Hochschulen das machen und wie erfolgreich sie damit sind. Und in diesem Mix aus Rekonstruktionen und Lessons learned, normativer Diskussion und empirischer Grundlage sehe ich generell auch viele Antworten für didaktische Fragen, also in dieser Verbindung. Allein die Empirie, was sagt uns die? Dann wissen wir, wie es die Hochschulen jetzt machen. Ja und? Also ich finde wichtig, was eben auch Marianne Merck gerade sagte, die Ziele, die wir haben. Vielleicht hilft uns ja auch da der Blick über den Teller ran, Frau Merck. Haben Sie Informationen, wie das in anderen Ländern geregelt ist, didaktische Ausbildung? Gibt es da interessante Modelle? Da gibt es schon interessante Modelle. Also es gibt in den Niederlanden zum Beispiel das Modell, dass die Universitäten sich selbst einen Standard definiert haben und sich den auch setzen, wie sie die hochschuldidaktische Weiterbildung, also die Kompetenzentwicklung der Lehrenden handhaben wollen. Da gibt es einfach einen Standard, sodass Neuberufene kompetent ihren Beruf beginnen. Und an diesen Standard halten sich die Universitäten in den Niederlanden. Das heißt, da ist das Modell ein selbst gesetzter Standard. Anders wird das in Großbritannien gehandhabt. Da hat nun zufälligerweise die hochschuldidaktische Gesellschaft sozusagen den Impuls übernommen und hat ein Kompetenzstufenmodell entwickelt, das Professional Development Framework, was dann definiert sozusagen über die Berufswege hinweg, also angefangen bei der Qualifizierung von studentischen Tutorinnen und Tutoren, über Lehrbeauftragte, über Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben bis hin zu Professuren, Kompetenzstufen und auch eine Differenzierung in Bereiche E-Learning, Qualitätssicherung und so weiter. Also weitere Bereiche, die zur Entwicklung, Lehrentwicklung dazugehören. Dafür gibt es sozusagen Kompetenzniveaus, die man auch nachweisen muss, wenn man in diesem Bereich arbeiten will und wo es auch Weiterbildungsangebote gibt, die darauf zugeschnitten sind. Also dieses Kompetenzniveaumodell wird auch in Skandinavien und Niederlande als Vorlage genommen. In Skandinavien wiederum gehen die Universitäten und Hochschulen sehr stark in die Richtung, sozusagen sowas wie Lehrakademien einzurichten, also zu sagen, wir haben nicht nur eine hochschuldidaktische Einrichtung, sondern die Universität Lund macht das zum Beispiel, sogar auch in den Ingenieursfakultäten, da ist das entstanden, dass man sagt, es gibt Lehrende, die sich mit dem Scholarship of Teaching and Learning auseinandergesetzt haben, die eigene Lehrforschung betrieben haben. Die werden in einer Akademie berufen und übernehmen zusätzlich Aufgaben. Das wäre dann sowas wie eine professionelle Lehrgemeinschaft, die in dieser Art und Weise weiterentwickelt ist. Auch in Finnland an der Universität Helsinki zum Beispiel gibt es eine Professur und da sind die, die einen Mitarbeiterstab hat, die in drei Bereichen arbeiten. Da haben wir zum Beispiel die Stellenstrukturen gar nicht für, die also sowohl im Servicebereich als auch im Forschungsbereich als auch im Entwicklungsbereich arbeiten und wo das sozusagen je nach Projekten mit den Fakultäten über kürzere Zeiträume verhandelt werden kann, in welchem sozusagen Segment die Mitarbeiter arbeiten und die auch Forschung mit den Fakultäten zusammen macht. Also ich glaube sozusagen, man muss sich auch davon verabschieden zu sagen, die pädagogische Psychologie macht Forschung dafür, die Soziologie macht Forschung dafür, man muss sozusagen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaften, wie soll man sagen, entwickeln. Und das ist, glaube ich, das ist ein Kerngedanke, glaube ich, der bei uns mit Ihrem Beispiel so ein bisschen in diese Richtung geht, der aber bisher, wo wir noch keine richtigen Formate an den Hochschulen haben bisher. Ganz viele wichtige Ansätze und Ideen, wo man hinschauen kann, das Ganze soll ja nicht zum Selbstzweck geschehen, sondern natürlich, um die gute Lehre zu erreichen, um das erfolgreiche Studieren zu erreichen. Und jetzt würde ich Sie gerne nochmal fragen, Frau Schulze, Sie setzen sich ja auch ganz aktiv für Bildungsgerechtigkeit ein. Welche Rolle spielt denn die gute Lehre vor allen Dingen angesichts der Heterogenität an den Hochschulen auch für Sie? Ja, das spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle. An den Schulen sind wir es gewöhnt, jedenfalls im Grundschulbereich noch, dass die Schülerinnen und Schüler sehr heterogen sind. An den Hochschulen ist das historisch gesehen noch eine relativ junge Entwicklung. Früher haben eben Männer studiert aus gut situierten Haushalten. Das ist heute nicht der gängige Studierendentyp. Und deswegen müssen wir uns stärker mit Lehrer auseinandersetzen und mehr dafür tun. Und ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, wir haben 14 Schritte sozusagen definiert, wo man überhaupt ansetzen muss. Das fängt in der Schule schon an, das fängt in der Vorbereitung an. Studierende haben oft schon sehr seltsame Erwartungen, was sie im Studium dann erwarten wird. Gut, bei 2.100 Studiengängen nur in Nordrhein-Westfalen, wer soll da noch einen Überblick haben? Also da muss man auch hinführen und Überblicke schaffen bis hin zu der Frage wahrnehmen. Was ist überhaupt Diversität? Wir haben ein Diversity Audit für alle Hochschulen hier in Nordrhein-Westfalen mit dem Stifterverband zusammen angeboten, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen, was eigentlich die Unterschiede zwischen den Studierenden sind und wie man darauf eingehen kann, bis hin zu Eingangsphasen. Also wie machen wir den Start eigentlich in die Hochschule besser, eine ganz zentrale Phase, wie wir definiert haben mit den Hochschulen. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von Modellen auf den Weg gebracht, wo wir das jetzt austesten und wo der Hintergrund aber natürlich ist, dass wir das in die Fläche bringen wollen und dass wir das zum Standard machen wollen. Und das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die wir da nach vorne gebracht haben. Wir haben Talent Scouting, das ist sicherlich auch noch etwas, was bekannt ist. Wir haben Portale, wir haben StudiPort inzwischen, wo wir Online-Unterstützung machen, um Kurse anzugleichen, also Levels anzugleichen in Mathe und in Sprachen. Das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen und ich glaube, dass das nur der Anfang ist. Wir machen das jetzt seit sieben Jahren inzwischen und je länger wir das machen, umso mehr stellen wir fest, was noch alles zu tun ist. Das ist ja glaube ich immer so, wenn man tiefer in ein Thema eintaucht. Und wir haben uns mit den Hochschulen gemeinsam in unserer Landeshochschulentwicklungsplanung vorgenommen, das zu einem ganz zentralen Thema in den nächsten Jahren zu machen. Wir haben das mit dem Parlament abgestimmt, die haben auch gesagt, mach das. Jetzt müssen wir das mit dem Budget hinkriegen, haben wir den ersten Schritt auch hingekriegt. Hochschulpaktmittel verstetigt und genau so, finde ich, muss das jetzt auch weiterlaufen. Es ist eine Daueraufgabe, also hört nicht irgendwann auf. Jetzt haben wir es geschafft. Frau Heuchemer, Sie hatten das eben auch schon angedeutet, dass das bei Ihnen an der Hochschule auch ein großes Thema ist und die Diversität als Potenzial gesehen wird. Was brauchen Sie denn als Grundlage an der Hochschule, um das genau so anzupacken, das Thema? Jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, Geld. Aber so einfach ist es ja nicht. Stimmt aber. Also ich glaube, was ganz wesentlich ist, das ist ja auch im Gespräch mit den Studierenden zum Ausdruck gekommen, das sind wir Lehrende. Wir spielen eine unheimlich wichtige Rolle in dem ganzen Setting. Und jetzt möchte ich das gar nicht mal auf die Diversität nur konzentrieren, sondern wenn wir uns heute vor Augen führen, dass 50 Prozent einer Alterskohorte an die Hochschulen, also Universitäten wie Fachhochschulen gehen, dann haben Hochschulen eine ganz andere Verantwortung, als sie sie vor Jahren noch hatten. Und dann ist natürlich auch naheliegend, dass die Heterogenität oder die Vielfalt der Studierenden zunehmt. Wenn es uns jetzt aber gelingt, zu sagen als Lehrende, wow, was für eine tolle Verantwortung habe ich. Ich kann hier wirklich gesellschaftlich, ich kann zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen, indem ich im Grunde genommen die neuen Change Agents bilde. Wenn es uns gelingt, mit dieser Haltung an die Studierenden heranzutreten und ihnen auch klarzumachen, du hast hier in unserem Rahmen, den wir dir setzen, mit einem klaren Absolventenprofil und einem klaren Versprechen, was du erreichst, wenn du dich hier einbringst, die Möglichkeit dann gesellschaftlich später aktiv zu werden. Ich finde, das ist ganz toll und ich glaube, wenn es uns gelingt, den Stellenwert der Lehre eben nochmal anders zu betonen und damit eben auch nochmal die Verantwortung der Lehre deutlich zu machen, die wir hier haben, ich glaube, dann muss man gar keine besondere Ausstattung haben, um Diversität für alle erkennbar zu einem Potenzial zu machen und nicht zu einer Bedrohung. Prima. Frau Merkt, ich würde gerne Sie nochmal fragen, so aus Sicht der Hochschuldidaktik, wie können Sie so einen Prozess begleiten und gerne mal wirklich konkret, also ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, also wie kann Hochschuldidaktik da tatsächlich die Lehrenden auch unterstützen? Wie würde das aussehen? Die Frage ist, auf welcher Ebene wir jetzt ansetzen, also wenn wir jetzt wie bei Ihnen zum Beispiel auf der Ebene ansetzen, ich kenne ja sozusagen die Hochschuldidaktik aus von der TH Köln auch ganz gut, es sind sozusagen zum einen Hintergründe, die sozusagen Disziplinwissen sind, eingebracht worden, wie zum Beispiel das Lehrportfolio als Kompetenzentwicklungsinstrument für Lehrende, was an der TH Köln dann aber sowohl für die Berufung verwendet wird als Grundlage, das ist ein ganz sensibler Punkt für die Qualität der Lehre, andererseits aber auch ein Coaching-Prozess im ersten Berufsjahr stattfindet und gleichzeitig, und das ist besonders innovativ halt auch, die Lehrportfolios ausgewertet werden und mit dem Leitbild abgeglichen werden. Das ist etwas, was die Hochschuldidaktik mit der Hochschulleitung zusammen entwickelt hat, wo ein Zusammenspiel einfach passieren muss und ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, für solche Entwicklergemeinschaften. Was hat die Hochschuldidaktik da für eine Aufgabe? Die muss sozusagen einmal dieses Wissen von außen da reintragen und sagen, Lehrportfolios sind ein Instrument, wir müssen das aber auch strategisch einsetzen. Das ist also ein typisches Beispiel für ein Entwicklungsprojekt, wo man Wissen und Kompetenzen mit reinbringt, aber mit der Hochschule zusammen was entwickeln muss. Da kann man nicht sagen, das Modell nehmen wir jetzt und implementieren das überall, das wird nicht funktionieren. Die andere Sache, was Sie angesprochen haben, Herr Prenzel, die Curriculum-Entwicklung, da stoße ich zumindest, wenn ich das, wir machen das halt viel auch von der Hochschuldidaktik in Magdeburg, aber da stoßen wir einfach auf das Problem, dass sozusagen diese spezifische Mischung in diesem Studiengang von fachlichen Kompetenzen, von akademischen Kompetenzen und also sozusagen das zu formulieren geht noch, aber genau zu wissen, wie kommt man da eigentlich hin, also welche Entwicklungsprozesse stehen dahinter, wie werden diese Kompetenzen, welche gibt, wie kann ich denn diese Niveaus zum Beispiel unterscheiden, also wie entscheide ich denn, was auf dem fachlichen Kompetenzniveau einer Ingenieurin nach dem ersten Berufsjahr entwickelt werden soll, inwiefern die Vorstellungen von Konstruktionen entwickeln und so weiter, das sind ja sehr fachspezifische Kompetenzen und das kann ich mit denen gemeinsam entwickeln, da kann ich aber auf sehr, sehr wenig zurückgreifen. Also ich glaube, dass die Lernten sehr gut formulieren können, was brauchen die Absolventen, wenn sie rausgehen, da haben die einen guten Kontakt, auch gerade die Ingenieure an der Fachhochschule zur Wirtschaft, das können die formulieren, die haben auch gesellschaftliche Ideen, also Ideen über gesellschaftliche Verantwortung, aber wie die Entwicklungsprozesse dahin aussehen sollen und wie sich das sozusagen im Curriculum niederschlagen soll, das ist für mich sozusagen ein Bereich, wo es noch wenig Hintergrundwissen gibt. Genau, das sind einfach Bereiche, wo sich zeigt, dass da zum Teil das Wissen fehlt, zum Teil da ist, wir zum Teil auch im EU-Bereich oder international Dinge aufgreifen können, aber dass immer Entwicklungsprozesse notwendig sind. Und deswegen plädiere ich für solche professionellen Entwicklergemeinschaften, das kann man wirklich so sagen. Und da spielt zum Beispiel der Third Space mit Studiengangskoordinatorinnen, die also nicht richtig in Lehre und nicht richtig in der Administration arbeiten, auch eine ganz wichtige Rolle. Auch die müssen damit einbezogen werden. Es braucht ja auch einfach Leute, die mitziehen sozusagen, die mitmachen. Und da würde ich auch gerne nochmal Herrn Prenzel fragen, wie kann man Menschen auch für diese Sache begeistern? Also wären zum Beispiel Anreizsysteme auch eine Idee, um sich für Lehre begeistern zu lassen? Also Anreizsysteme sind vielleicht dann wichtig, wenn andere Anreizsysteme dazu führen, dass man sich der Lehre weniger zuwendet. Erklären Sie uns das genauer. Gut, wenn Sie nur die Forschung belohnen, wenn das die Währung ist, Forschung, dann werden Sie alle Kolleginnen und Kollegen dazu bringen, dass Sie forschen, 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 publizieren. Und wir haben kein Korrektiv derzeit. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Punkt nochmal, wenn Sie an so Initiativen denken wie Qualitätspaktlehre. Das ist alles toll. Aber was dort passiert, den Antrag stellt die Universität oder die Hochschule. Es ist kein persönliches Verdienst. Es wird nicht meiner Drittmittelbilanz zugerechnet, sondern das verschwindet. Wenn ich ein DFG-Projekt beantrage, dann steht es hier mit meinem Namen in meiner Vita, in der Karteikarte des Präsidenten, wenn Sie so wollen. Aber bei der Lehre haben wir auch eine Tendenz, dass wir eher sozialisierend mit den Drittmitteln umgehen. Es ist nichts dagegen zu sagen, nur im Vergleich zu anderen Dingen. Deswegen, wenn man über solche Initiativen wie Qualitätspaktlehre nachdenkt, würde ich auch sagen, man muss es drehen, die Anerkennung muss auf die Person kommen. In einem System, bei dem man ansonsten Anerkennung durch Forschung bekommt. Also das ist ein Beispiel, bei dem ich den Eindruck habe, dass wir im Bereich der Lehre bis jetzt noch nicht richtig willens sind, Anreize zu setzen. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, wenn Sie Einstellungs- oder Berufungsverfahren machen. Welches Gewicht wollen Sie der Lehrkompetenz eines Bewerbers oder einer Bewerberin zukommen lassen? Und die Frage kann man sich immer stellen, wo ist unsere Grenze, wo ist die Schwelle, wo wir sagen würden, der kann auch so toll sein in der Forschung, aber den würden wir hier nie haben wollen. Oder wir haben eine Nische für jemanden, wo er nie und nimmer mit Lehre irgendwas zu tun hat. Aber so viele Nischen können Sie gar nicht haben. Und an diesen Stellen frage ich mich, und da brauchen wir auch die institutionelle Strategie. Eine Hochschule, die sagt, für uns ist die Frage der Lehrkompetenz bei der Berufung ein entscheidendes Kriterium. Da haben Sie auch ein Steuerungsinstrument. Wenn jemand bei der Berufung sagt, ich will das belegt haben, sonst berufe ich niemand. Das ist auch Ihr Thema, glaube ich. Frau Merck, welche Stellschraube sind die Berufungen aus Ihrer Sicht? Ja, die sind sozusagen eine der stärksten Stellschrauben, die man hat. Weil wenn man Lehrende einstellt, die dann unbefristet arbeiten hinterher und die sind nicht qualifiziert, dann kann man das hinterher, vor allen Dingen, ich glaube, das Problem ist, oder die Frage ist gar nicht mal, ob sie qualifiziert sind, man kann sie ja nachqualifizieren. Aber wenn ein Lehrender oder eine Lehrende überhaupt kein Engagement oder Interesse an solchen Fragen, wie Sie sie vorhin aufgeworfen haben, also eine Generation auszubilden und etwas in die Gesellschaft reinzugeben, indem man diese Studierenden ausbildet, wenn man daran kein Interesse hat, weil man an Forschungsfragen interessiert sind, die in ganz anderen Gebieten angesiedelt sind, dann wird man dieses Interesse auch kaum wecken können. Und das ist natürlich eine Sache, die schwierig zu prüfen ist, aber ich glaube, dieses Engagement und dieses sozusagen Interesse daran, an diesen Punkten zu arbeiten, das ist eigentlich das Einfallstor. Und wie gesagt, diese Lehrenden sind dann eingestellt, sind da. Und ich sage immer, dass das Horrorszenario für jeden Studiengang ist, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, die über Jahre die Prüfungsausschüsse beschäftigen, weil sie einfach nicht bereit sind und nicht in der Lage sind, gute Lehre zu machen, wo das ganze Kollegium diese Last irgendwie auffangen muss, es ständig Ärger mit den Studierenden gibt, das können sie nicht mehr ändern, das können sie nicht mehr ändern. Dann ist der Zeitpunkt gelaufen. Und deswegen, das ist ein ganz sensibler Punkt, weil in den Berufungen natürlich sehr viel entschieden wird und das sozusagen über viele Ebenen geht, aber das ist auch ein ganz wichtiger Hebel, ja. Und das wird natürlich umso wichtiger auch, je mehr Studierende es an Schulen gibt, da braucht man Menschen, die auch für gute Lehre stehen. In NRW haben wir jetzt an den Hochschulen so viele junge Studierende wie noch nie, was toll ist. Frau Schulze, sind denn die Hochschulen ausgestattet, dieser Zahl gerecht zu werden und was kann gute Lehre da auch leisten an dieser Stelle? Also wenn eine Hochschule in NRW mir sagen würde, sie hat genug Geld, dann würde ich anfangen, mir Sorgen zu machen. Das ist irgendwas kaputt gegangen, also das geht nicht. Hochschulen haben nie genug Geld, weil da sitzen kreative Leute und die haben immer wieder neue Ideen und immer wieder, was man jetzt noch zusätzlich machen kann. Was wir gemacht haben, ist, die Mittel zu erhöhen. Wir haben sie seit 2010 um 54 Prozent erhöht, das hat kein anderer Bereich in der Landesregierung, dass er so viele zusätzliche Mittel bekommt. Das hat natürlich auch was mit dem Aufwuchs der Studierenden zu tun, aber da müssen wir uns hier im Raum auch nichts vormachen. Das wird nicht so bleiben. Wir werden weiterhin sehr, sehr viele Studierende haben, aber nicht so viele, wie wir im Moment haben, weil ich hoffe nicht, dass wir solche Experimente wie den doppelten Studiengang häufiger machen, also das Abitur verkürzen und dann plötzlich ein Doppel-Abi da haben. Das löst natürlich enorm viel aus. Und selbst wenn die Hälfte eines Jahrgangs studiert, die Jahrgänge werden im Moment kleiner. Das wird auch dazu führen, dass sich etwas verändert. Und deswegen finde ich im Moment die große Herausforderung für die nächsten Jahre, das Geld im System zu halten. Wir tun immer so, als müssten wir nur darüber diskutieren, wie wir denn mehr Geld bekommen. Ich glaube, die Anforderung wird sein, das Geld überhaupt im System zu halten, bei sinkenden Studierendenzahlen zu sagen, wir brauchen trotzdem weiterhin so viel Mittel. Wir brauchen das Geld vom Bund. Das ist jetzt nicht viel im Vergleich zu dem, was die Länder geben, aber das hat wichtige Impulse gesetzt. Und auch dieses Geld wird in den nächsten fünf Jahren neu verteilt. Deswegen, es hat sich schon eine Menge getan. Was sich noch tun muss, ist mehr verstetigtes Geld. Da sind wir in Nordrhein-Westfalen diejenigen, die das gemacht haben, die jetzt gesagt haben, wir verstetigen einen Teil des Geldes. Das würde ich mir jetzt auch von der Bundesebene wünschen. Das würde wirklich sehr viel mehr Sicherheit geben, wenn wir wegkommen von dem Projektmittel hier, Projektmittel da und dauerhaft Personal beschäftigen können, um mit den Studierenden und der Veränderung der Studierenden eben auch klarzukommen. Also insofern, es ist eine Menge erreicht, aber wie gesagt, nicht zurücklehnen. Es ist noch viel zu tun, also das bleibt eine Daueraufgabe. Welche Aufgabe können denn in diesem Prozess eigentlich auch die Studierenden selber übernehmen? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, das gebe ich gerne einfach mal offen an die Runde. Also wir hatten eben die Studierenden, die Wünsche äußern dürften. Was spielen denn Studierende selber bei guter Lehre auch für eine Rolle? Welche Verantwortung haben die? Also ich bin ganz froh, dass Sie das jetzt bringen, weil ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe. Es wurde schon mehrfach heute gesagt und das fand ich auch nochmal schön, die beiden Studierenden da gehört zu haben. Wenn man jetzt trotzdem sich traut, vom Bildungsprozess mal zu sprechen, dann ist es ohnehin immer ein Selbstbildungsprozess. Und das besteht schon durch ein kleines Risiko, durch jetzt Fokus auf die Lehre und wie können die Lehrenden besser werden, dass man natürlich auch so eine Haltung entwickelt, Lehre ist ein Service, eine Dienstleistung und die kann ich mir abholen und wenn ich nicht zufrieden bin, kann ich das auch artikulieren und dann soll das verbessert werden. Da ist was Wahres dran, weil es ist natürlich ein Interaktionsverhältnis, also haben die Lehrenden einen Anteil und wenn die schlecht sind, dann habe ich das Problem, dass ich dann auch beteiligt bin an nicht so günstigen Verläufen, aber es ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch die Frage, mit welchen Erwartungen komme ich als Studierender ins Studium, was hole ich mir da auch aktiv ab, auch zu lernen, dass eine, ich sage jetzt mal auch in dem Fall eine Universität, anders funktioniert als die Schule. Wir haben hier schon das Problem, dass wir durch Bachelor und Master so tun, als wir an Fachhochschulen oder wie immer sie sich dann auch nennen und Universitäten und andere Hochschultypen gleich, weil das so aussieht, überall Bachelor, Master und so. Aber da, finde ich, braucht man noch eine Diskussion, ob das wirklich so gleich ist. Erstens mal sind die Anforderungen an die Lehrenden verschieden, allein schon das Lehrdeputat unterscheidet sich enorm, die Anforderungen in der Forschung, wenn man weiter sich woanders berufen lassen würde, gerne, sind andere, insofern müssen wir auch aufpassen, aufpassen, Studierende, die an Fachhochschulen gehen, welche Erwartungen, was dürfen die dort erwarten, was dürfen Studierende an Universitäten erwarten, was bedeutet das wiederum, wie Lehrende ihre Lehre gestalten sollten, das dürfen wir vielleicht essen, vielleicht muss man es mal ab und zu, obwohl wir mal gern von Hochschulen sprechen, wieder ein bisschen auseinanderdröseln, weil mal eins darf man nicht vergessen, an Universitäten wollen wir auch den wissenschaftlichen Nachwuchs rekrutieren. Das ist ungemein schwer zu sagen, und das wird ja auch oft beklagt von den Kollegen, Nivellierung der Leistung und Diversität bei aller, ich teile das total, dass man sagt, wo sind auch Möglichkeiten, Formate, dass wir die Diversität nutzen, aber wir kennen doch ehrlicherweise auch alle die Klagen von Fachwissenschaftlern, dass man sagt, ich muss eigentlich mein Niveau senken, oder wenn sie es nicht tun, es ist mir egal, dann schaffen das viele nicht. Das ist echt eine komplexe Diskussion, wo es ganz schwer ist, so eine einfache Antwort zu kriegen, weil überall ein Stückchen Wahrheit ist. Also das trifft sich irgendwo in der Mitte. Und deswegen die Frage, Studierende, was dürfen die erwarten, wie kann man ihnen helfen, was müssen sie selber tun? Ich finde ja auch, wenn jemand sein Studium abbricht, wird er Gründe haben und macht vielleicht was anderes, weil er das Jahr oder das Semester genutzt hat, um festzustellen, das ist nicht für mich das Richtige. Das Fach nicht oder die Hochschulart nicht oder ich mache doch was anderes. Das war vorhin auch günstig umgekehrt natürlich auch. Ich mache erst mal eine Ausbildung und entdecke, was mich eigentlich interessiert. Und da würde ich mir auch mehr Diversität wünschen. Momentum war so Hauptsache mehr Studierende, aber das ist ja auch divers und auch hier wegkommen von jeder Studiumabbruch ist ein Drama. Das ist vielleicht auch eine Findungsphase, weil die Schulzeit kürzer ist und so weiter. Also wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, die Studierenden und da wissen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu wenig über die psychologischen Gründe und soziologischen Gründe. Vielen Dank dafür. Ich würde jetzt gerne die Zeit noch nutzen und auch Sie zu Wort kommen lassen, wenn Sie an die Runde hier Fragen haben. Wir haben Mikrofone vorbereitet, Sie können sich gerne melden und dann kommen die Kollegen zu Ihnen. Da vorne sehe ich direkt eine Wortmeldung. Alle schon unterzuckert jetzt. Dankeschön. Ulrike Wahl, Hochschulerfrischerin. Zunächst ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Facetten und die vielen Impulse. Ich höre ganz, ganz viel raus. Das, was ich viel zu selten höre an Hochschulen, vor vier Wochen war die Tagung an der Freien Universität Berlin. Die Krankenkassen schlagen Alarm, die Krankenzahlen gehen hoch. Das betrifft auch Hochschulen. Wir haben zunehmend Stellen, die wir nicht besetzen können. Und das Schlagwort, was ich heute ganz selten gehört habe, ist das Schlagwort Begeisterung. Deshalb wäre so die Frage auch in die Runde, ist das etwas, was im Leitbild eine Rolle spielen sollte? Ist es etwas, was Sie auch für den Ort Hochschule, sowohl für Studierende als auch für Arbeitende, Arbeitnehmer, als solches auch genügend auf dem Schirm haben, um es salopp zu formulieren? Oder ist es vielleicht etwas, was zu stark noch runterrutscht? Das Stichwort Begeisterung, meinen Sie? Begeisterung. 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 Die Frage ist noch nicht ganz klar geworden. Geht es um die Begeisterung von Mitarbeitern? Oder wie würden Sie sich diese Begeisterung institutionalisiert vorstellen? Um es an der Hochschuldidaktik festzumachen, vorhin wieder das Stichwort Berufungsverfahren auch, was soll eine Person mitbringen? Eine Person, die lehrt und die mit Studierenden zusammenarbeitet, sollte ja auch in der Lage sein, für das Thema zu brennen, für das Thema zu begeistern. Das wäre die eine Facette. Aber es zieht sich natürlich wie ein roter Faden auch durch. Also wie ist das Hochschulleitungsteam zusammengesetzt? Ist das ein Team, was wirklich begeistern kann, was alle mitreißen kann? Dann zieht es sich weiter, Verwaltungsebene. Ist das ein Bereich, kann wirklich dieser ganze Stab, diese vielen befristeten Personen, können die begeistert werden, um wirklich mitzuziehen mit dem Leitbild? Also wirklich so als roter Faden, horizontal und diagonal. Herr Prenzel, das ist eine strategische Frage. Naja, also die andere Frage ist ja, wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, dann sind die alle von ihrer Forschung begeistert. Warum sind sie von der Forschung begeistert? Weil sie das Gefühl haben, dass sie in Communities sinnvolle Dinge machen. Und ich würde mal sagen, es ist das Leben nicht so ganz schlecht, wenn man das, was man tun muss, auch mit Begeisterung macht. Also es macht das Leben sehr viel schöner. Und sich der Frage zuzuwenden, wie kann ich über mein Engagement in der Curriculumentwicklung oder in der Lehre, wo sind die intrinsischen Anreize, die da drin stehen? Mit den Studierenden in der Lehre ist es eigentlich relativ einfach, weil sie eigentlich immer wieder was zurückkriegen und das Gefühl haben, sie haben hier eine Ansprache, sie haben die Fragen, sie haben auch die Kritik. Aber da sind sie in der Interaktion und da haben sie eigentlich schon eine ganz gute Voraussetzung dafür. Für die Frage Curriculumentwicklung, also ich würde wieder sagen, Sie haben den Punkt ja mit angesprochen, wie schwierig ist es, den Weg durch ein Studium zu beschreiben, der nicht nur Wissen aufeinander aufsetzt. Und wenn Sie das aber zurückbinden, nehmen Sie einen Studiengang wie Medizin oder Psychologie oder andere Studiengänge, das sind ganz entscheidende Fragen, die dort auftreten, wie Sie das integrieren in einen Studienverlauf. Und ich würde sagen, Problemlösen ist auch ein Faktor, der Begeisterung auslösen kann. Jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, was ich versucht habe vorhin zu sagen. Wenn wir immer nur mit extrinsischen Anreizen steuern, dann haben wir keine Chance, dass intrinsische Anreize richtig hochkommen. Deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen sehen, inwieweit wir nicht so und so zu viel mit extrinsischen Anreizen in Hochschulen steuern. Prima. Vielen Dank. Weitere Fragen? Da vorne geht es weiter. Ja, mein Name ist Ines Langemeyer, Professor für Lernforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Die Diskussion ist bislang sehr schön facettenreich gewesen. Ich möchte aber auf einen Punkt hinweisen, den ich bisher jetzt vermisst habe, und zwar die Pluralität auch der Wissenschaften. Es ist auch aus der Perspektive, die ich biografisch mitbringe, so, dass es für ein gutes Studium meines Erachtens wichtig ist, ist, dass Studierende auch die Pluralität der Wissenschaften kennenlernen. Und das haben wir in der Reform, in der Hochschulreform zunehmend verengt. Wir haben eigentlich eine Form der Strategiebildung, möglichst effizient die Ressourcen einzusetzen, aber in der Form, dass man sich nicht leistet, mehrere Methodenlehrstühle mehr zu haben, beispielsweise, also ein Gebiet in mehrfacher Besetzung eigentlich zu haben, sodass auch tatsächlich eine kritische und lebendige Wissenschaft entsteht. Und das, dass wir quasi, weil wir das Curriculum schon sehr eng gezurrt haben, auch für die Studierenden selber dastehen als Lehrende, wir können eigentlich nur gucken, dass wir versuchen, dieses Gebiet möglichst gerade abzudecken und damit also, wir haben eine große Diskussion um die Diversität, ja, das hatten wir jetzt hier, wie schön das ist, dass die Studierenden auch in dieser Bandbreite dann plötzlich auf eine Person eigentlich kommen, aber ist es nicht auch wichtig und auch gerade im Sinne der Diversität, dass sich Menschen orientieren können in einer Hochschule, die auch eine Pluralität lebt. Denn das ist das, was ich auch festgestellt habe, ist das, was ein lebendiges Studierendenleben bedeutet, dass wir sehen, andere begeistern sich plötzlich für irgendeine Art der Theoriebildung, eine bestimmte Richtung und sagen, wow, das ist toll. Und dann geht man zusammen in die Kneipe und diskutiert erstmal den ganzen Abend, ja. Kennen wir das? Also diese Sache. Pluralität. Pluralität der Wissenschaften, auch das wäre, finde ich, eine ganz wichtige Strategiebildung für gute Lehre. Sie haben schon genickt, Frau Schulze. Naja, das ist ein Thema, was ich in der letzten Zeit häufiger angesprochen habe und wo ich unterschiedliche Rückmeldungen kriege, weil ich finde, Bologna hat ganz viele eröffnet. Die Hochschulen können in einer ganz anderen Weise ihr Profil schärfen über neue Studiengänge. Das wird nur sehr stark auch genutzt, sodass wir inzwischen eine Unübersichtlichkeit haben und eine Spezialisierung im Bachelor, wo ich mich frage, ob das eigentlich noch das Richtige ist, ob wir wirklich so speziell in die Bachelor einsteigen wollen, weil ich die Grundidee eigentlich mal anders verstanden habe, nämlich, dass wir einen fachlich breiten Einstieg in etwas ermöglichen und die Spezialisierungen und die wissenschaftliche Zuspitzung erst in einer späteren Phase erfolgt. Das ist aber bei, ich nehme jetzt mal einen nicht mehr akkreditierten Studiengang, bei Management of Coffee Making, finde ich nicht wirklich gegeben, dass das eine Breite in der BWL dann hat, ist nicht akkreditiert, deswegen nehme ich den gerne, der ist gerade rausgefallen, aber ich glaube, dass wir darauf achten müssen und zwar gerade, ich habe jetzt mit den Wirtschaftswissenschaften viele kontroverse Diskussionen darüber geführt, ich sehe das aber auch in anderen Fachbereichen, dass wir diese Frage nochmal stellen müssen. Heißt, wir wollen alle Profilbildung für die Hochschulen, aber wollen wir wirklich so viele unterschiedliche Differenzierungen und Kleinstverästelungen auch im Bachelor haben? Ich weiß, das sind nur wenige Fächer, wo das so passiert, aber es macht das System weder übersichtlicher noch, es hat eben die ganzen Probleme, die Sie gerade auch beschrieben haben. Deswegen fände ich die Debatte darum spannend, aber sie ist eine, die muss man sehr, sehr vorsichtig führen. Frau Reinmann. Ich habe das Statement ganz anders verstanden gerade. Also für mich war das jetzt kein Plädoyer für eine Diversifizierung in den Studiengängen, dass ich eben dann auch den spezialisiertesten Studiengang da habe, sondern ich habe daraus gehört, ein Plädoyer, und das würde ich eigentlich gerne unterstreichen, dass wir es Studierenden ermöglichen, anhand einer Fachwissenschaft das wissenschaftliche Denken zu erlernen und das kann ich aber nur, indem ich erkenne, dass Wissenschaft nichts Einheitliches ist, sondern dass einfach ein Soziologe, ein Psychologe, ein Mathematiker, ein Historiker so verschiedene Zugänge haben, wie sie zur Erkenntnis kommen und wie kann diese Erkenntnismittel auch für die Praxis nutzbar gemacht werden, kann ich nur erkennen, indem ich das mal ausprobiere. Und diese, ich habe jetzt so verstanden, ein Plädoyer, dass wir einen Blick dafür haben, dass es auch für die Lehre wichtig ist, dass das Studierende lernen, wie Wissenschaftler denken und arbeiten, welche Methoden sie verwenden, deswegen wahrscheinlich gerade der Hinweis mit den Methodenprofessuren und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sozusagen sehr verschiedene Studiengänge macht, weil da würde ich Ihnen zustimmen, das ist, das haben wir ja auch vorhin bei den Studierenden gerade gesehen, das führt dazu, dass man orientierungslos ist und es führt dazu, dass die Idee von Bologna nicht aufgeht, weil die Dinge gar nicht mehr miteinander kombinierbar sind und die gar nicht aufeinander aufbauen können. Ich habe es eher verstanden im Sinne von vergessen wir nicht der Gegenstand des Wissenschafts in einem Hochschulstudium und wie können wir sozusagen die verschiedenen disziplinären Denkweisen nutzen, durchaus auch praktisch nutzen und wie können wir sie reinbringen in die Studiengänge. Das war jetzt mein Verständnis von dem Kommen. Aber das widerspricht sich, Hanni. Ich meine, die Schelte der Bologna-Reform, dass sie anscheinend zu sehr verschult und damit das nicht mehr möglich macht, ist ja nicht richtig, sondern es ist ein Ordnungsrahmen und der es uns eigentlich überhaupt nur ermöglicht, Studierenden, wenn wir es ernst nehmen, zu sagen, was sie erwarten können, ehrlich, offen, transparent, das hat Herr Prenzel auch gesagt und ihnen dann im Grunde die Freiheit zu geben, auch verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, Methoden kennenzulernen, auf dem Weg dahin. Also von daher verbindet sich das ganz gut. Je breiter wir unsere Studiengänge aufstellen, je freier wir sie in einem gesetzten Ordnungsrahmen organisieren, der Verlässlichkeit sicherstellt, umso mehr können wir, glaube ich, auch der Forderung gerecht werden. Um es nochmal auf die gute Lehre auch, um die es ja heute geht, zurückzubringen, also ein Plädoyer würde ich jetzt so verstehen, über den Tellerrand einfach auch hinaus zu blicken, also das Lehre auch einfach Offenheit signalisiert. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Hier vorne, gerne. Wo haben wir die Mikrofone? Gerade ganz da hinten? Achso, Entschuldigung, ich hatte es nicht gesehen, das war schon nach vorne, dann kommen wir gleich als nächstes dann nochmal hier vor. Hallo, mein Name ist Alexandra Schreiner von der Technischen Hochschule Köln. Ich hätte eine Frage zur Stellung des wissenschaftlichen Mittelbaus bei der guten Lehre. Denn im Moment ist so der Trend, dass an die Fachhochschulen sehr ähnliche Anforderungen gestellt werden wie an die Universitäten, aber der strukturelle Aufbau und die Gegebenheiten sind immer ganz andere. Der Mittelbau an den Universitäten ist sehr breit, an den Fachhochschulen sehr klein und sehr eng und daher würde ich ganz gerne von Ihnen eine Stellungnahme haben zum wissenschaftlichen Mittelbau und eben der Rolle bei der guten Lehre. An wen geht die Frage genau? Gerne in die Runde. Also ich glaube, das adressiert sowohl Herr Prenzel als auch Frau Reinmann hat das ja vorhin schon angesprochen, dass die Fachhochschulen nun mal eine andere Stellung haben als die Universitäten, als auch Frau Heuchemer. Also ich glaube... Fangen wir mal mit Herrn Prenzel an. Also wie sind da die Gewichtungen unterschiedlich an den beiden Formen? Also Mittelbau ist für mich ein bisschen die Frage, wen wir damit meinen. Meinen wir den Mittelbau, der sich in der Qualifizierungsphase befindet oder meinen wir Mittelbau, der auf Dauerstellen ist? Und da haben wir zwei unterschiedliche Funktionen. Gerade für die Lehre kann es ja auch sinnvoll sein, mehr auf Dauer gestellte Mittelbaustellen bereitzustellen. Und ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns derzeit ein wenig, wenn man anschaut, also diese große Diskussion, inwieweit wir über die letzten Jahre nicht extrem viel, gerade über die Drittmittel an befristeten Stellen aufgebaut haben und welche Rückwirkungen das auf die Lehre hat. Und das hat natürlich Rückwirkungen auf die Lehre. Und diese Plädoyers heute, mehr darüber nachzudenken, welche Stellen unbefristet vergeben werden sollen, sind aus meiner Sicht für die Lehre von großer Bedeutung. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn Sie den Qualifizierungsweg für den Mittelbau anschauen, dann ist ein entscheidender Punkt, wenn Sie sich verändern wollen in Richtung Professur, dass Sie in irgendeiner Art und Weise Forschung und Lehre verbinden müssen. Da kommt man nicht dran vorbei. Aber es ist aus meiner Sicht nicht der einzige Karriereweg. Also es heißt ja nicht, dass jeder, der eine Mittelbaustelle hat, unbedingt eine Professur will. Es könnte andere Wege geben. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig Personalentwicklung wird. Also andere Karrierewege neben der Professur auch für die Kolleginnen und Kollegen vorzusehen, die im Mittelbau unterwegs sind. Also zu diesen Perspektiven würde ich gerne was sagen. Bei den Anteilen ist es natürlich so, dass an den Fachhochschulen beklagt wird, dass man viel zu wenig Mittelbaustellen hat. Das ist auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen ein Strukturelement der Fachhochschulen, weil man auf der anderen Seite die Stärke der professoralen Lehre hat. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftlich ausgewiesen sind und fünf Jahre wenigstens Praxiserfahrung haben. Und das halte ich für ein Spezifikum. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das würde ich auch nicht gerne verschenken wollen. Ich glaube, dass die Fachhochschulen hier ihre Besonderheit haben. Und von daher wird man, glaube ich, an den Fachhochschulen immer das Problem haben, dass die Mittelbaumenge in Relation zur Professorenanzahl kleiner sein wird, weil man diese Besonderheit hat. Es ist ihre Stärke. Prima. So, dann würde ich gerne hier vorne noch die Frage zulassen. Hier vorne. Ganz vorne in der allerersten Reihe. Ja, danke schön. Niklas Schaper, Universität Paderborn, Vorstandsmitglied DGAD. Ich nehme es auch so, ich denke, wie die meisten hier auf dem Podium, aber auch, glaube ich, die Teilnehmer wahr, dass sich viel getan hat in den letzten fünf bis zehn Jahren in Bezug auf Lehrentwicklung. Also, dass da viel unterwegs ist, neue Konzepte entwickelt worden sind. Ich nehme es auch so wahr, dass der Qualitätspakt dazu geführt hat, dass über Lehre tatsächlich ganz breit nochmal auch neu drüber nachgedacht wird. Und ich begrüße es auch sehr, dass der Wissenschaftsrat sich dieses Themas annimmt und hier sozusagen jetzt nochmal diese Entwicklungen aufnimmt und, denke ich, auch nochmal eine Richtung weist im Sinne von, an der Stelle muss es jetzt weitergehen, im Sinne von Lehrverfassungen formulieren, Lehrprofile weiter schärfen. Ich frage mich an der Stelle so ein bisschen, und da geht die Frage an entweder Frau Schulze, vielleicht auch an Herrn Prenzel, was bedarf es für Rahmenbedingungen oder Impulse, insbesondere auch politischer Art, um diese Entwicklung weiter zu fördern, so im Sinne eines vielleicht jetzt Qualitätspakts nach 2020, der sozusagen einen neuen Wettbewerb oder andere Rahmenbedingungen schafft, um das, was wir jetzt erreicht haben, im Prinzip auf eine neue Stufe zu führen. Vielleicht gibt es dazu Ideen oder auch schon Ansätze. Frau Schulze, jetzt weiß ich nicht, inwieweit Sie als Landespolitikerin darauf antworten können, aber ich gebe die Frage gerne. Ich habe zufällig vor zwei Wochen ein Papier dazu veröffentlicht, also weil ich auch denke, der Impuls muss weiter, auch aus der politischen Ebene kommen. Wir haben den politischen Impuls gegeben mit der Exzellenzstrategie und der Exzellenzinitiative. Es muss auch genauso einen Impuls geben für die Lehre. Den Impuls, den wir da im Moment haben, das ist der Hochschulpakt. Der läuft aus. Also haben wir eine große Chance, das nochmal wieder zu verändern. Und ich würde sowas gerne verändern in ein Instrument, was dauerhafter ist. Ich glaube, wenn man dauerhaft hingehen würde und auch vom Bund aus eine Prämie zahlt und sagt, diejenigen nach Fächern differenziert, die an den Hochschulen gibt, sind die unterstützt der Bund mit. Wir machen auch wie in NRW so eine Abschlussprämie und dann vielleicht für diejenigen, die über nicht traditionelle Wege an die Hochschulen kommen, die ohne Abitur kommen oder so, nochmal einen Zuschuss, dann könnte man nochmal einen anderen Blick auf Lehre auch lenken. Und diese Zuschüsse eben nicht zeitlich begrenzt, sondern für die Studierenden, die da sind. Also einfach sagen, das ist was, was mit dazu geht. Da legen wir genau, wie wir Exzellenzstrategien machen, machen wir auch eine Strategie, die Lehre unterstützt. Ich fände sowas richtig. Das ist genau das, was im nächsten Jahr, in den nächsten anderthalb Jahren in der Diskussion sein wird, ob wir da was hinkriegen, ob wir diese Mittel sinnvoll weiterhin im System halten oder ob da 2020, 2023 Schluss ist. Und mir liegt daran, wirklich neu, verstetigten Pakt, nicht mehr befristet, sowie die Exzellenzstrategie auch, dauerhaft einfach zusätzlich Geld reingeben und das orientiert an der Zahl der Studierenden. Ich glaube, das ist das einstweilste Mittel. Vielen Dank für diese Vorlage. Ich möchte nämlich jetzt gerne so ein bisschen mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft schauen und würde gerne mal fragen, stellen Sie sich vor, wir sitzen 2030, ist gar nicht mal so lange hin, wenn man überlegt, nochmal in genau so einer Runde hier und ich würde Sie alle fragen, was sind gute Rahmenbedingungen, die gute Lehre und erfolgreiches Studieren ermöglichen? Schauen Sie mal in die Glaskugel und sagen Sie mir, worüber reden wir dann in dieser Konstellation? Frau Merkt. Ich nehme noch eine, sozusagen eine Idee mit, die vorhin hier schon andiskutiert wurde. Bildungstheoretisch wird die Qualität der Lehre ganz stark beeinflusst dadurch, inwieweit die Lernenden an der Gestaltung der Lehre teilhaben. Sie haben nach der Rolle der Studierenden gefragt und auf der einen Seite wird ganz häufig beklagt, die Studierenden beteiligen sich nicht, die sind zu kurz an der Hochschule. Auf der anderen Seite gibt es auch im Qualitätspark Lehre Projekte, wo Studierende also Projekte entwickeln und dafür gefördert werden und da kommen erstaunliche Dinge bei raus. Also ich würde mir zum einen wünschen, dass die Mitgestaltung der Studierenden gestärkt wird, dass die sozusagen auch Gestaltungsräume erhalten in den Hochschulen, mehr als das jetzt der Fall ist und ich würde mir auch Freiräume, entsprechende Freiräume sozusagen mehr für Lehrende, auch zum Beispiel im Curriculum, also sozusagen geplante Lehrstellen, in denen man Freiräume sozusagen flexibler füllen kann und es eben nicht versuchen, alles festzuzurren und zu sagen, das muss jetzt nach dem Plan ablaufen, sondern bewusst solche Freiräume offen zu lassen. Das ist die eine Sache, die andere, was ich mir wünschen würde und das kommt ganz stark so auch aus dem aus dem hochschuldidaktischen Hintergrund, also unserer Erfahrung mit der Arbeit und auch in der Beratung mit den Lehrenden. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir mehr darüber wissen, empirisches Wissen darüber haben, auch welche Rahmenbedingungen und Strukturen wir als Arbeitsbedingungen brauchen, um solche Dinge gut umzusetzen. Wir haben im Qualitätspakt ganz viele Entwicklungsprojekte gemacht, wir sehen gute Beispiele und wir sehen immer diese Balance zwischen Engagement und Begeisterung, die aber auch zum Burnout führen kann, wenn sozusagen die Arbeitsbedingungen dafür nicht entsprechend sind. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass das empirisch besser aufgearbeitet ist und wir wissen, welche Rahmenbedingungen dafür wichtig sind, weil da wissen wir relativ wenig und wenn man sich den Krankheitsstand auch in Hochschulen anguckt, da gibt es durchaus auch Bereiche, wo man sagen müsste, das ist auch ein Arbeitsfeld, was wir eigentlich angehen müssten. Danke für diese Wünsche. Frau Reinmann, ich gebe Ihnen die Glaskugel. Wir sitzen hier in dieser Konstellation, Konstellation, worüber sprechen wir aus Ihrer Sicht 2030? Ich deute die Frage jetzt nicht, was ist wahrscheinlich, sondern was ist wünschenswert. Aus Ihrer Sicht. Ähnlich, wie Marianne merkt, wenn wir mich jetzt kurz fassen, also ich fände das ganz schön, wenn wir nicht nur über allgemeine Hochschuldidaktik mit psychologischen und soziologischen Wurzeln sprechen, sondern auch über Wissenschaftsdidaktik, das greift ein bisschen das Statement von vorhin auch vielleicht auf, dass wir vielleicht mehr wüssten und noch tiefer mit den Fachwissenschaften, und den Kollegen aus den Disziplinen Ideen haben, wie wir für Wissenschaft begeistern können und aus dieser Begeisterung für Wissenschaft auch ein durchaus zivilgesellschaftliches Engagement ziehen können. Vielen Dank. Herr Prenzel, Ihre Kugel. Ja, ich versuche jetzt aber in die Zukunft zu schauen und nicht was zu wünschen. Also meine Vorhersage wäre, dass wir in 15 Jahren deutlich mehr hybride Studienformate haben, also Präsenzphasen plus Technologie unterstützt mit sehr vielfältigen Möglichkeiten, auch des individuellen und interaktiven Lernens, aber gleichzeitig damit auch eine viel stärkere Vernetzung der Hochschulen haben werden in Richtung der Entwicklung von Tools für solche hybriden, also für die technologiegestützten Verfahren. Und wir werden, glaube ich, eine deutliche neue Diskussion haben über die Ausschärfung von Studienprofilen in Richtung Forschung einerseits und andere Berufsfelder andererseits. Also in diese Richtung würde meine Vermutung gehen, dass wir in den nächsten zehn Jahren große Diskussionen und Entwicklungen haben werden. Ja, das Digitale, ist gut, dass Sie es nochmal ansprechen, kam bisher noch so ein bisschen zu kurz jetzt auf diesem Podium. Frau Schulze, was sagt Ihre Glaskugel? Ja, ich glaube auch, dass das Thema Digitalisierung noch eine größere Rolle spielen wird und zwar nicht im Ablösen von Präsenzlehre, sondern in der Unterstützung und in der stärkeren Individualisierung von Präsenzlehre. Und ich glaube, dass das ein Thema wird, was uns die nächsten Jahre bestimmt bis 2030 und darüber hinaus noch viel stärker begleiten wird, weil da ist noch viel mehr möglich, was wir heute überhaupt nicht nutzen. Und ich glaube, dass das riesige Chancen birgt, neben den Risiken, die da natürlich immer auch dabei sind. Knapp 15 Jahre sind keine lange Zeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr in Richtung Koopetition kommen, also Kooperation auf der einen Seite, um Unternutzung der digitalen Medien, Lehrmaterialien in den Grundlagenveranstaltungen gemeinsam zu entwickeln, um dann in einem positiven Wettbewerb und mit wesentlich stärkeren unterschiedlichen Lehrprofilen der Hochschulen auch anders an die Studierenden heranzutreten. Und dann wird das erst richtig spannend, weil man dann schauen kann, im Sinne auch vielleicht der Wirksamkeitsforschung, wie kommen die Studierenden an welcher Hochschule an und wie erfolgreich werden sie ihren Weg dann auch gehen können. Im Moment sind wir ja doch noch sehr ähnlich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung auch und damit möchte ich jetzt auch die Runde hier beschließen. Vielen Dank.